Herzlich Willkommen zurück zu einer Runde Worms, wir machen durch mit Anonymus, Gurubai, Maxi McFly und Hose. Hallo. Wir machen durch die ganze Nacht. Wir machen durch. Wir machen durch. Hallo, hallo Spiel. Hallo, habe ich gerade gesagt, das funktioniert alles. Moment. Ich kann nicht auf bereit klicken. Nein. Ich hatte gerade meinen Mauszeiger ist gerade verschont. Bereit. Ja, das passiert. Einmal mit Pro. Los geht es. Ja, ist das neueste Worms, das ist jetzt auch raus angeblich, habe ich gerade gehört, aus sicheren Quellen. Ja. Es fällt mir mehr darüber. Mir wurde der Key geschickt, bei euch wahrscheinlich auch, also von daher. Oha, ist aber ganz schön. Warst du Teleportieren eingestellt? Kann es rein und aus. Eigentlich nicht. Mit dem Mausrad, Anne. Oha, wir können sich anders diskutieren. Oh nein, das ist Teleportieren. Mach schnell die Würmer, komm, machen wir schnell. Ja, in der Hebe. Wie wenn. Einfach irgendwo hin klicken. Ach, wir müssen die Würmer. Ja, ja, wir müssen die Würmer ganz schnell irgendwo platzieren. Haben wir fünf? Ja, jeder hat fünf. Also das kann eine Weile dauern, aber wir kriegen es. Wir kriegen es ja nicht. Ich glaube, vier haben wir gerade jetzt. Egal. Das Geschütz macht mir Angst, dass da steht. Das schießt auf dich, sobald du dich bewegt. Warum stehen hier Geschütze schon? Weil wir Wachkanonen anhaben. Goddammit. Wie Goddammit. Bombs. Zerstörung. Wir wollen schnelle, knackige Runden. Obwohl ich Teleport aus habe, haben wir sie doch nicht. Ja, natürlich, Hose. Ja, Bunker. Da kommt die Bunker. Der Clickbait wohnt jetzt hier, ey. Ja, der wohnt jetzt hier. Ist eingezogen. Ja, genau. Wer will die, wer will sich denn da rein quetschen? Wer kann die Anne? Die Anne mit dem Bärenkostüm. Ich wollte da in das Loch. Dansa. Dansar. 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 Ist das nicht irgendwie das falsche Tier? Was ist denn Sansar? Das ist auf Game of Thrones. Achso, das kann ich nicht. Was, kannst du gerne? Goro Brei. Nee, ist nicht mein, mein Theme oder so. Hallo, everybody. Wie sagt es, ich habe da schon zwei Wömer gesehen? Du, jetzt den zweiten. Nee, die sehen einfach gleich aus. Never mind. Ich habe übrigens die Streamer-Language drin bei mir. Es gibt ein Streamer-Voice für die Firma. Okay. Die Mexikaner natürlich mit leicht rassistischem Hut. Leicht rassistisch. Achso, ich bin. Ja, was ist denn da rassistisch? Ich verherrliche nur die mexikanische Kultur. Das ist rassistisch. Es sei denn, du bist Mexikaner oder du hast so einen richtigen Oberlippenbart. Weißt du, so einen asozialen. So eine Pornobremse. Jon Snow. Habe ich doch. Dann ist okay, dann ist okay. Dann habe ich nichts gesagt. Tut mir leid. Das ist Sniper-Rifle da. Ja. Und das Goro bei mir dann den Schimmerhut auffallen. Wir haben ja eigentlich den rassistischen Asiatenhut genommen. Das ist viel rassistischer. Das sind doch ich Goro-Samurai. Also du bist ja nicht mal ansatzweise Asiate. Äh, den Hut gab's nicht. Den Hut. Mann, das finde ich nicht okay, das hier. Wer hat denn das da? Nifi ist das. Das finde ich. Es tut mir leid, dass ich das Bärchen auch genommen habe, Mann. Du Monster. Das Bärchen. Wunder soll er denn wissen, dass du auch das Bärchen hast? Ja, eben. Was fällt dir ein, das Bärchen zu nehmen? Ich sag ja auch bei dir das kleine Bärchen. Das ist so eine schöne Halbplatz. Das ist großartig. Oh, so kleine Bärchen. Hose weg. Was willst du da? Da geht's nicht fest. Man kann übrigens in die Gebäude rein, hier in diesem Turm. Ja, ja. Da sieht man auch, nur wenn du drin bist, siehst du das Innenleben von den Gebäuden. Deswegen hab ich den da so hingestellt, damit ich sehen kann, ob jemand drin ist. Gar nicht so leicht, ey. Wenigstens kann sich jetzt keiner über Wurmplacement beschäftigen. Ja, ja, genau. Ich denke, alle meine sind auf der einen Seite. Gleich kommt trotzdem, oh, hätt ich den mal woanders hingefahren. Das ist egal, das ist ja dann die eigene Schuld. Ich weiß, ich kann gar nicht so richtig einschätzen, wie dreidimensional die Map ist. Gar nicht. Es ist eine 2D-Map. Also, man kann komplett wirklich nur da, wo Luft ist, laufen. Ja, genau. Außer in den Gebäuden halt. Ja, in den Gebäuden ist ein bisschen anders, ja. Ist der letzte Wurm jetzt, ne? Oder? 1, 2, 3, ich hab drei gesetzt. Einer fehlt noch, ja. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Oh, das geht doch da rein. Ah, da geht's. Si, Senor. Si, Senor. Si, Senor. Der wird da drin sterben. Pass mal auf, ihr wisst ja, wie das auf YouTube läuft. Das wird hier genauso laufen. Clickbait wird dominieren. Wieso hast du eigentlich die alte Männer? Ah, jetzt geht's los. Und direkt ein Heli beim Kopf. Und dann einfach, wenn du mit den Heli kannst du einsteigst, im Wasser landen. Schwörs, 100%. prozent fliegen sie macht fliegen leert hast du kannst du schießen ja hochholter boden dafür stehen bei mich ließ mit wer ist egal wo du hin fliegst du musst über einen der anderen fliehen hier schießt aber auf kurve da hat sich selbst getroffen glaube ich nicht sonst wird sie weiter nicht mehr schießen doch nicht selbst geträumt du kannst ja genau sie kann sie rausschmeißen und das geht auch du großer gott das geht jetzt die ganze zeit so hin und her wir sind fast abgestürzt ich bin schön dass fast noch keiner schaden genommen hat und meine wir trotzdem schon ganz oben stehen das spiel hat verstanden wie es funktioniert christ ein schaden noch das ist mit mit alphabet wo es kommt jetzt denn klassische bazooka auf den go boy nein nein noch mal ein bisschen handwerken hier jetzt mal die waffen angucken können wir nicht haben gar keine anfang was hast du doch man kann was bauen ich möchte nicht hinweisen auf dieses exklusive fass was vor dem maxus steht ich habe nicht genug nicht auf dem heli so viel ja das ist richtig übel hatte kaum schaden genommen das heißt ich habe heimlich erstes warm material damit macht ihr das menü mit rechts legt rechtlich ansonsten macht wenn wir springen mit enthalten ja ja das hat also das kenne ich schon bringen mit lehrt das ist wie in jedem anderen springen mit lehrt hast du das hatte ich am anfang ich will springen ich schieße erst mal voll kannst du mir drüber laufen das ist eine panzer mine ich habe schon ein paar runden hinter mir hier ist wirklich so ja jetzt hier keinen scheiß erzählen oh gott aber das wäre ja das geht gut das wäre ja einfach dahin so voll auf voll auf den gar ja ja das boi dann gerade instagram foto gemacht ein auto wo man einsteigen kann ja das ist ein rocket leaker das bringt aber überhaupt nichts auch doch das kann auch was machen ja ich mal was machst du jetzt mit kickback dass der steht einfach nur rum und kann nichts klick bett macht jetzt erst mal die titen sammeln kraft jetzt erst mal eine mini kanone und dann gesehen das mit das nicht wie auch schon nur schön retweetet ja den gif gif vorschau bei youtube videos ja die haben endlich haben die sich mal nützliches features und von porno so abgeguckt haben sie mal was von porno seiten haben das schon seit 20 jahren aber jetzt hat youtube es auch das ist früher war das voll peinlich wenn du vor youtube gesessen hast und du hattest die maus über so ein video so nach motto klick ich jetzt oder nicht und wenn ich einer gefragt was machst du gerade ich warte dass der die mir die vorschau anzeigen ja das haben so andere einschlägige seiten so vimeo oder so hat nicht mal die die mauschen das auch oder video genau was mein video gibt es noch wort ja auch stimmt also das heißt jetzt nicht klipp für schluss sagen klipp für ich oh gott also das hätte jetzt auf youtube mit wst runter musste einfach dann erst wieder runter und hoch willst du deinen eigenen abschießen gut dass du es war ich nur 20 sowieso schon verblicken ach so ich kann die fertigung hat schon ein an bazooka kuchen ich kann die fertigung jetzt schon anleiten aber er macht sie erst in der nächsten runde gebracht da steht sogar eine rundenzahl und bei wie lange okay wenn ich bin ich fertige dann ich kann halt nur so normale stehen bleiben weil ich dann hat das jetzt gemacht okay weil dann wobei ist dran auch keiner wird sogar die cluster cluster in k2 bei hand da oben das ist ein flammenwerfer mit dem kannst aber nicht umdrehen du kannst also nur in die richtung schießen wo jetzt gerade keiner ist das sind welche aber das war glück 16 16 also eigentlich so kommt da im leben nie wieder raus auch nicht weil sobald der darin sich bewegt schießt diese wachkanone auf ihn zum thema der hat nicht so eine reichweite ja ja ich dachte ich meine das ist ein flammenwerfer wer kann denn damit anders denn kilometerweit schießt da hat gewinnt halt ein golfe mit dem menschen zu fliegen nein das ist gelogen doch kannst du also schweben kannst du aber das kann schweben ja doppelt enter damit hoch springen und d gedrückt halten dann fliegst du in die richtung nicht einfach übrigens du musst dich am besten genau so hinstellen dass er wegfliegt weil du schlägst ihn nach hinten ich sehe hier wieder so eine grundsätzliche anti was ist da explodiert ach der flammenwerfer ach den habe ich da runter geschoben meine siegeshymne die dänische nationalhymne deswegen genau und keiner kann mich jetzt sehen ich kann dich sehen du kannst mich sehen du bist aber da oben ja eben machen wir den roter kreis in rohlass und lagge platt machen lagge b guck mal er macht face die dinge beim alten mann wieder gibt's baseball schläger ok der karate schlag kommen kann doch nicht den alten mann sowas antun hier das war youtube money oder nee wer war das das war roter kreis die roten kreis sind endlich weg da geht es dahin der rote kreis so du kannst jetzt mit so einfach weg wollen kann ich ja nein das war ja sehr gut maxus du weißt was ich habe voll der mitte waren eigentlich aber vielleicht hat er einiges nicht übernommen du weißt dass du sie willst dazwischendurch los ja das ist der synchle kreis das g punkt da komme ich ja gar nicht hoch doch mit dem salto zweimal enter drücken einfach ja moment auf was das war jetzt kommen die kassen skills hier der schöne granate bei g punkt oder bei reingeworfen ist er laut laut oder auch einfach du hast du hast nicht die skills um an zell ranzukommen das war ein anschlag kann man auch noch die andere richtung schlagen was kann johns noch eigentlich erweißer gar nichts als insider den ich kenne obwohl ich die schau nicht drucken ja was machst du jetzt okay er brennt sich den bär erst so einer weißt du dass sie nie aber es ist grundsätzlich eine gute idee brenne ich nach unten das vor allen dingen für wenn sander werden ja dann möchte ich eine position der wird sich dann noch mal richtig dick kennt das aus jetzt ja 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 sicher worüber ist ja auch vom aussterben bedroht also bitte max umbringen wenn du auf die idee die wenn du das fass erwischt dann wird es in der riesen explosion das wäre so wenig sich besser machen doch eigentlich eher mehr auf die mine und das fass ach komm doch schon wenn du die mine also wenn du die waren direkt triffst dann ist es was anderes war jetzt das macht die sniper kanone und schießt auf irgendjemand und da drückt das ist einfach hast du kein gutes genau mit dem auto über die panzer minier fahren ja selbstmordkommando genau die gute idee ja finde ich auch die beste ideen wenn man mit so hat eh kaum noch leben alle mit ihrem geschenk alter nur mit dem geschenk der weiß wir wissen aber nicht was irgendwie macht das nicht wirklich was scheiße du weißt dass das geschenk einfach verzögert explodiert das kann drei runden dauern das kann deswegen ist es ungewollt das habe ich mir gerade selbst geschenkt da ist eine kiste maxi ganz war so eine granate runter zu werfen und die wachkanone weg das ist kein platz wie drehe ich das teil ja wahrscheinlich mit wir haben wahrscheinlich oder q und e genau sein was was oh nice wow 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 der sich einfach einen roten teppich baut das geschenk leuchtet rot oh nächste runde das macht gleich Buben hey das auto vor allem noch da drückt die holz youtube money macht jetzt auch einen schweißbrenner immer ganz ehrlich Hose warum hast du die alten Würmer gewählt welche alten Würmer ob ich dran habe aber ich bin dran bist du helle einmal aufpassen bitte einmal mit profis arbeiten warum ich die gewählt habe weil die awesome sind die sind fucking genius und überhaupt trotzdem konnte ich mich ja dann nur genommen weil die kaffee trinken zwischen kamikaze ne wir haben die anderen tatsächlich nicht gefallen um mich auslachen ich bin wie viel kilometer über dir darum geht es nicht ich habe dich nicht wegen dem brenner ausgedacht sondern weil du trüssel bist wegen des brenners oh nein das geschenk wie viel damage macht die machen richtig krass damage ja hat er sich sein eigenes Grab geschaukelt ja okay ach dass die Zeit läuft ab oder wie jetzt ist dein Zug dran so jetzt bist du dran warum Placement du hast starken Wind nach rechts ja was kannst du machen wenn du gut Wind berechtigt kannst dann kannst du einiges machen da kommst du nicht lang das ist wie gesagt 2d ähm das baut der Stehen in der Hose die ganze Zeit das baut die ganze Zeit wie viel Materialien hast du denn ich habe 2 von Leben crafte einfach die ganze Zeit was macht denn so die Boomkarbonne die fliegt von oben nach unten und explodiert sobald es was trifft auch bitte nicht mhm das klingt gut ja also nicht sobald den Boden trifft sondern du musst damit quasi einen der sich eingegraben hat wegbomben am besten also so ein Youtube Money oder so ja ja so ein Youtube Money oder so hey fick dich mal gucken ob das gleiche steht oh god ich bin jetzt hin ähm meine Kamera ist da hey ich dachte ich dachte der Wind spielt eine Rolle aber nein bei Bunkerbombe nicht das hättet ihr mir aber sagt das wusste ich auch nicht ich hätte den Wind aber da auch eingerechnet das ist normal also das war schon immer Luftangriffe sind nicht vom Wind beeinflusst ich muss nur nachfallen und so weiter Luftangriffe auf wen möchtest du einen Luftangriff auf Leggy ich würde einfach aus dem Ding aussteigen bevor sie explodiert aber ja das ist ne geile Idee wenn du nämlich die Kiste triffst dann explodiert es richtig groß hä die Kiste ist die explosiv? ja das ist ja nix 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 ja offensichtlich hat er aber null Skills deswegen oh das ist auch nix in Worms wahrscheinlich ich habe heute hört mich nicht wundern ähm Los Moon 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 Leggy heisst er da Leggy oh wo ist denn in den Squad was es gibt ein super ach Pups scharf nicht Pussy scharf ok Pups scharf Pussy scharf weiß ich halt nicht Pussy scharf das gute alte Pussy scharf Pussy scharf wer kennt es nicht das Pussy scharf die besten Pussys jenseits des Urals des Urals des Urals Pussy ist im Sonnen ah die geht ja gar nicht komplett runter ne habt ihr noch nie gebunkerbombt? ne gebunkerbombt ich habe sowieso fast noch die Worms gespielt ohhhh ihr deswegen haben wir uns ja die Noobs eingeladen ja der Daumen seid ihr auf dem letzten Platz und Maxi und ich haben einen Herzen zu zweit Maxi hat das Spiel schon weil wir Risiken eingehen richtig wir haben gerne Spaß und ihr seid einfach die Tryhards also alle jetzt mit der Bunkerbombe am Stil oh Gott ohhhh und die Mine ohhhh sellout treibt davon Hashtag sellout was ist der tot? ja der ist ins Wasser gefallen ja der ist ins Wasser gefallen ich habe nicht aufgepasst scheiße er bastelt die ganzen Seiten craften nebenbei das ist voll schlimm ja noch drei Runden bis ich den ah fuck ah jetzt bewegt sich meine Maus so kacke mit hier warte mal ja so jetzt was braucht man denn für der Heilige oh Gott braucht man mit einem mit einem der schlecht wenn man ne ok hoffentlich reicht das frech so was frech es reicht niemals oh fuck ah ah man kann auch einer eine hinterher schmeißen weil dann wäre sie weg ich fand das ja ein bisschen angriff äh hier ne also ein bisschen angriff von wegen ich fand ich an und maxi sind weit weit oben ne das sollten wir ändern jetzt gemacht es hat immer nur ein kraft befehl machen kann es ein bisschen ja eine pro runde halten ja 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 gore brei der guru brei darf nicht sterben gore brei gore brei oh gore brei gore brei hat aber nur 45 schade glaube ich oh er ist jetzt auch dran dann wenn du sie hast würde ich sie einsetzen ming vasen sind cool oder du nimmst dynamit ne dynamit ist nicht halb so cool ming vase ist ne geileres die ganze vase voller dynamit die ist so was wie ne also die ist heftig das ist eher so ne art bang vase oh das ist ne richtige bang vase alter die bang ist richtig die sich schon die hände reibt der schmutzige wurm von goro brei der versagen asiaten sind schmutzig nein aber boah das ist rassistisch außer asiaten sind wirklich schmutzig dann ist ok oh die banane ist doch selbstmord die ist richtig selbstmord wo willst du die hinwerfen da so ungefähr oh gott das ist blöd das ist selbstmord das ist echt boah alter wow 300 300 what ja jetzt wisst ihr es bananen sind ungesund außer def teleportiert euch wir sollten teleport rausnehmen teleport sind langweilig ich habe einen polizeanfall gerade das ist nur weil goro mich getötet hat bananen anne ist allergeschrieben bananen sie kommt aus dem osten bananen allergie ich dachte das wäre gut oh nein läuft der einfall oh ja nicht achso dieser roboter dick 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 oh oh du kannst ja immer noch schweben ne ja ich weiß ok banane banane oder ein geschenk er macht ne banane weil er jetzt gesehen hat dass er so mega viel macht ja aber er verkackt das doch die prallt bestimmt da oben an der kann da prall draufsteht die prallt oben oh 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 ist das nice nooo nice boah boah ich sehe nix mayday mayday mega gut ey großer vogel bitte kommen boah boah alter sehr gut so jetzt noch anne ne boah wie viel stämlich das ist und ne mine noch ich bin doch schon tot hör auf ich bin schon tot und die granate noch im mund sauber ja nice oh clickbait geht gleich saufen ey ja clickbait ist auch nicht gerade du hast einen teleporter ne ja ja ich weiß also noch haben wir ihn clickbait säuft ab du hast ne wertvolle lektion liebe kinder lasst euch das gesagt sein du kannst laggy da oben ja schon abgesoffen also von da laggy da oben weg machen das laggy in ruhe ne ich würde den auch weg machen das ist der letzte wurm von ihm oder nicht ne er hat noch einen roboter da oben hat noch einen aber wie soll ich den weg machen drauf schießen irgendeine waffe benutzen äh und so pupst ihm ins gesicht ja pupst ihm ins gesicht das ist bestimmt die gute idee wenn man lenkrakete benutzen und irgendwas anderes weg machen wir da hinten zum beispiel nein oh ja das ist auch gut nein guck in seine augen guck in seine augen die lenkrakete funktioniert hier ein bisschen anders je nachdem welche das ist oh das wird super oh gott naja naja immerhin ja all of your comments ich hätte den wurmtausch machen sollen komm schon wann bin ich endlich wieder dran oh fuck wurmtausch wurmtausch stimmt du kannst ein wurm naja stimmt ich kann ja wurmtausch ok let me pass auf ich teleportiere mich jetzt und werde nächste runde sowieso umgebracht teleport ich dahin wo schon einer gestorben ist wie kann man sich du kannst dich rein du hast einen teleporter einst du dich an die kanten an die kanten genau ja aber dann bin ich auch erreichbar für alles was ihr so das ist natürlich korrekt ich habe eine idee warte da müsste ich ja theoretisch runter ja genau ihr wisst wie weit ich runtergefallen bin also fickt euch ich bin zwar auch im gebäude aber ja das ding rauch nehmen wir aus ok dich habe ich in klammern dann ausgeklammert die klammern ausgeklammert alle hat jemand ausgeklammert er hatte bis jetzt episches oh fuck you weiter links bisschen weiter legen da stimmt das ist richtig gut oh man oh in die kiste rein oh nur 30 jaja mach nur 30 den machen wir fertig jetzt aber jetzt sehen wir ihn Rodri Max oh nein jetzt sehen wir ihn jetzt eh wieder 3 Jahre bis ich dran bin können wir uns vielleicht mal auf Anne konzentrieren die mit ihren kackwürmern sonst wo steht stimmt aber jetzt riecht er noch hallo kannst du mal diesen Hass vielleicht woanders ablassen nein Worms ist immer der richtige Ort für Hass alle ihre Würmer haben übrigens noch 100 Leben ja ja eben deswegen ja ja ich quaffte schon die richtigen Waffen dafür hallo kannst du mal auf jemand anderen konzentrieren bitte ja machen wir doch auf dich ja auf dich die meisten Würmer hat oh Vesna ach so das Wassersteig mein Dorotree Max Dorotree ähm I got a new game to try out das ist auch das was Max auch macht oh was passiert gerade Maxi macht halt manchmal auch andere Spiele nicht nur diese Mainstream Kack waaat das bringt ja nichts Rick an das vorher dran glaube ich grad ein Gewitter was passiert denn jetzt die kommt doch niemals an ich versuche es schaff die nicht schaff die nicht nee die fliegt nicht zu weit die fliegt nicht weit genug ey schade ich weiß doch in alten in alten Worms flog die dann so schnell dass die dann halt einen Bogen geflogen ist was da ist der Amageddon dran ne das sind Bauteile das sind Bauteile Amageddon Bauteile das Wasser oder ja 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 ne oh kleiner tipp der bombenteppich ist jetzt available ne oh das ist natürlich auch ein geiles Teil was ist echt available warte mal oh Gott oh fuck you oh fuck oh ja nice mach nur 65 Alter du wirst hast gerade du wirst das gleich wenn ich wieder dran bin so heftig bereuen ich kriege nicht mehr genug Bananensamen zusammen verdammte Scheiße oh fuck me bombenteppich bombenteppich was rüsten hier unten der ganze Rest hin alle ertrunken was machst du da Gott was hast du deine dpi 20.000 oder was das ist krass ne oh der bombenteppich ey ich ärgere euch nur gerne da kommt der Teppich scheiße boah Alter sogar noch Maxi getroffen aber fuck drei mal boah geh weg von mir auch vielleicht springt Maxi noch Leggy weg nein Leggy macht er noch weg oh fuck me 69 schaden oh Gott good job ich good job ich hashtag von nilch John Snow läuft ab John Snow steht Spring 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 John Spring John Spring John Alter wird das echt gewinnen wisst ihr das eigentlich genau funktioniert das da kannst du noch die Richtung aus dieser abgerufen werden ändern Können wir bitte einer aus dem bombenteppich den liberty strike craft ich versuche es aber ich habe nicht genug Bananen zu haben dann macht die Bananen Bomben um halt endlich keine mehr zapp wieviel zwei ne wieviel ich wollte dafür hier fuck ja da schatten auch keinen Wind ane wow 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 und ich wurde nicht einmal ge... nice nein oh scheiß und ich wurde nicht einmal das waren meine beiden Würmer oh vielleicht doch wow 50 war ich ja aber ich trinke gleich weil die nicht mehr dran kommen wer ist denn das da noch oh Goro hat da noch einen Wurm hey bin ich nochmal mit Snow dran ne nein wo sehe ich denn mit wem ich dran bin du bist dran mit du bist gar nicht dran ne bin ich dran nein Goro ist dran Goro ich dachte schon ich war doch grad dran Goro brauchen wir immer sehr lange zum überlegen deine Mutter vor allem sagt er auch nicht dass er irgendwie wer ist denn jetzt dran wie was ist denn ist da alles gut oder nicht welcher Wurm von Goro ist denn dran der anderen da oben im Tor merkt noch einer siehst du nicht den Chinesen-Hut da aus ach da kann der irgendwie ach so jetzt deswegen konnte ich ihn auch nicht anvisieren mit TAP mit TAP ich weiß mit TAP welcher noch mal nein ach nochmal ein Bombenteppich das kann man der ist zu oft da der erste da raus boah bring aber volle falsche man die geht noch weg da fuck ja der hängt noch in dem berühmten Worms Pixel fest irgendwie nicht der erste da raus ist ich bin raus nein die Schande ist immer beim ersten aber ich ertrink jetzt oh nein ich schon dran sein bitte alle Hashtag Chris Nefi unter Nefis Video ja Refi unter mein Video Maxi spreng Maxi ist auf einer einsamen Insel gelandet was macht der denn jetzt? A Jetpack er hat nur 50 ne schaffst du nicht rüber ne rüber nicht aber er kann ich will mich da oben raus machen der Nase weiß not today oh der Chinese geht noch weg der Chinese geht nach oben weee ripgurubai g.trollubai ist auch raus trollubai ja trollubai ja trollubai also Maxi wird wahrscheinlich das Ding holen ne ne Anne Anne hat noch 200er ne aber die trinken vorher ja aber die kann doch ja gut ich sag nichts ach Hose ich wollte nochmal angemerkt haben dass ich richtig geile Sachen ach Hose ich hatte auch noch ich hatte noch das Pupsende Schafe im Inventar ich hatte auch noch geile Sachen Hose wir müssen uns jetzt verbünden what the fuck nevermind was ist das oh nein das ist die Mega Bunker Bombe boah Junge voll gegen die Birne ich hab den Inventar Wasser und hier weggeschränkt richtig nice so Sansa und Rickon sind noch so Anne komm mach Hose fertig okay jetzt muss ich einfach mit Luft angegriffen und dich irgendwie wegbomben es reicht ja ja ne was soll ich sonst was soll sie sonst machen überleben nein oh das ist ein ganz normaler Luftangriff sie dreißig ab oder so ne was die die Luftschläge wurden hier richtig krass verstärkt Anne hat gewonnen aber nur weil sie wir haben sie einfach ignoriert ich wollt grad sagen wir dachten halt sie kann nichts wir haben mich unterschätzt das war ja Fehler guck mal hier Maxi war gierig was möchte ich hier ne wie können wir das sehen bei weiter oder was in dem Screen hier im Screen jetzt hier rechts bei Preis gierig schnell ich bin Fahrzeugbesatzer und ich hab vorher gesagt es wird ewig dauern Nefi hat nur zwei Kills ja geht acht Würmer nächste Folge geht ein bisschen schneller wir sehen uns dann beim nächsten Mal schau mal bei den anderen vorbei tschüss 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 tschüss